Die 5 sog. Wirtschaftsweisen haben sich in die Diskussion über das von der Koalition geplante Konjunkturpaket eingeschaltet. Die Politik solle sich nicht zu Maßnahmen für einzelne Branchen verleiten lassen, etwa einer Kaufprämie für Autos, schreibt der Sachverständigenrat der Bundesregierung in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung. Stattdessen sei es sinnvoll, den Strukturwandel zu unterstützen. So sollten die Energiekosten gesenkt und die Digitalisierung gefördert werden. Mitkaufprämien für Autos aus der Corona-Krise. Darüber ist in jüngster Zeit immer wieder diskutiert worden. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung sprechen sich die Wirtschaftsweisen unisono klar dagegen aus. Die Abwrackprämie ist ein schlechtes Instrument, weil sie konjunkturpolitisch nicht zeitgerecht wirkt, sondern erst spät. Weil sie nicht nur im Inland wirkt, sondern v.a. auch ausländische Produzenten begünstigt. Und sie ist klimapolitisch in der mittleren, längeren Frist das falsche Signal. Für die Automobilindustrie ist das relativ starker Tobak. Sie hatte sich sehr für die Kaufprämie engagiert. Eine Stellungnahme gab es dazu, heute aber nicht. Statt der Kaufprämie empfehlen die Wirtschaftsweisen ein Konjunkturpaket, das v.a. dem Strukturwandel helfen soll. Dazu gehören Senkung von Energiekosten, Investitionen in Bildung und Infrastruktur und eine Ausweitung des steuerlichen Verlustausgleichs. Bedeutet, Unternehmen könnten Verluste aus dem Corona-Jahr ins vorherige Jahr übertragen. Das würde heißen, dass dann in Höhe dieses Betrages das Finanzamt Steuern aus den Vorjahren erstattet. Das bringt dem Unternehmen Liquidität. Und auf die Art und Weise bleibt es leichter am Leben und muss keine Insolvenz anmelden. Mit einer Reform der Energiepreise erhoffen sich die Wirtschaftsweisen eine spürbare Entlastung von Haushalten und Unternehmen. Um das zu erreichen, wäre aus ihrer Sicht die Senkung der Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz und eine weitere Senkung der Umlage für erneuerbare Energien denkbar.